Was ist die Vorsorge? Männer, Vorsorge, wichtiges Thema. Wir kommen alle irgendwann in das Alter, wo es uns treffen könnte. Deswegen guckt lieber vorher nach, also nicht ihr, sondern der Arzt. Lasst nachgucken, weil Vorsorge ist besser als Nachsorge. In jedem Falle. Euer Kretsche. Ich gehe jetzt mal zur Vorsorge. Ich gehe jetzt mal zur Vorsorge.